Hoi Sophia, schön, dass du hier bist und vielen, vielen Dank für die bisherigen Gespräche. Wie du vielleicht weißt, machen wir immer Social Media Shacks und jetzt ist mir ein ganz negativer Post aufgefallen von dir und zwar, dass deine Wochenenden so aussehen. Da steht Hashtag 24-7-betrunken, Hashtag Wodka ist das neue Wasser. Ist eigentlich nicht unsere Kultur, wie du vielleicht weißt und ich hoffe sehr, dass du jetzt nicht betrunken bist. Pass auf, dass dir so etwas nicht passiert. Firmen machen mega oft einen Background-Check im Internet, um zu schauen, was man online so über dich findet. Also schau, dass du so Party-Bilder nicht unbedingt postest und zumindest nicht öffentlich bist, weil es kann oft ein Grund für eine Absage sein. Party hard, keep it private. Mach es nicht wie Sophia, mach es besser.